Kuss kaputt, also da rechts. Okay, ich komm da hin jetzt. Ich komm da hingelaufen. Ja, die sind drin. Die sind drin, die sind drin, die sind drin. Die sind drin. Okay, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Weil ich hab ne Pump gar nicht, ich will die töten. Ich komm jetzt gestratzt. Ich komm gelaufen. Das Gute ist, wenn die jetzt beide da abgelenkt sind und miteinander schreiben, dann kann man die eigentlich gut wegknallen, weißt du? Wenn man da vorsichtig genug ist. So wie es aussieht, verfolgt mich keiner. Oh fuck, ich muss gleich was saufen. Und essen. Ich mach grad den Eingang von denen, also wenn die dann nicht rauskommen. Ich seh grad nur Zombies rumlaufen. Und das Gebiet außen herum. Warte mal, ich guck auf die Map. Okay, ich muss hier links. No problem, bro. Ich bin gleich da. Ja, die sind hier irgendwo. Ich lass dir rechts nehmen. Ich lauf, ich lauf zum E, ne? Ja, ja, zum E. Also ich sitze irgendwo im Busch, also. Wenn du die Stelle vorne siehst, ich bin da vorne im Busch. Also ich bin rechts, also wo der Berg dann hoch geht, bin ich da rechts im Busch irgendwo. Also ich hab jetzt so einen riesengroßen Berg vor mir, der jetzt wieder hoch geht. Einen riesengroßen Berg. Ja. Ja, die schießen drin. Die schießen drin. Ich hör sie nicht. Äh, die pullen die Zombies auf. Warte mal, ich bin jetzt gleich bei dem E. Ich muss jetzt an so einem riesen Berg vorbeilaufen. Oben rum ein bisschen. Oben links rum. Weißt du, ich hab so einen riesen Berg vor mir. Das meine ich nämlich immer, wenn sie, wenn sie sich selbst verraten, wenn man dann weiß, wer das ist, was sie schreiben. Ja, ja. Ey, ich lauf mit einer Schrotflinte, 9mm-Helm. Ich hab eine braune Hose, ich hab ein smalles Backpack und ich hab so eine beige, beige, ja, beige Pullover und beige, beige, weiß, braun, gefleckte Tarnhose. Okay. Ich hab so eine Wollmütze schwarz auf. Ich bin jetzt gleich bei dem E. Also, ich bin jetzt bei dem Berg, bei dem großen Berg, der hoch geht. Alles klar. Äh, du musst da außen rum gehen. Ja, oben rum oder unten rum? Unten rum am besten. Oh, nee, dann hab ich der Weg zu weit. Ich muss oben rum laufen. Okay, dann kommst du von der anderen Seite. Ja. Ich bin beim S. Also, in Blick Richtung S. Okay, und ich bin in Blick Richtung E. Ah, da bist du da oben. Läufst du grad? Ja, ich lauf hier. Siehst du die Stelle unten? Ich mach jetzt so. Guck mal, ich bleib stehen und wackel. Moment, Moment, Moment. Ich dreh mich. Äh, ja. Ich dreh mich und ich hüpfe jetzt. Jetzt hüpfe ich. Ja, ich seh dich, alles klar. Wo bist du? Ich bin da unten. Wo unten? Darunter? Wo? Nicht in der Camp drin. Beschreib mir, wo ich bin, wenn du mich schon siehst, du Depp. Ähm, du bist oberhalb des Camps. Geh ich jetzt in deine Richtung? Ja, du bist... Komm ich auf dich zu? Nee. Ich bin nicht im Camp drin. Aber du hast mich doch gerade gesehen, hast du gesagt. Ja, du bist am Gipfel oben, richtig? Ja. Ja, da hab ich grad gesehen und jemand ist drin in diesem Camp. Deswegen, ich bin hinter das Camp nochmal weiter. Ja, aber wie kannst du mich denn sehen? Durch den Berg, das versteh ich nicht. Also durch den Berg, ach so. Du hast doch gerade gesagt, du hast mich gesehen. Dann war es eben grad jemand anderes. Ups. Ja, weil ich hab doch gesagt, ich hüpfe. Ich bin jetzt oben, ich lauf jetzt oben am Berg rum und ich bin jetzt gleich bei dem E. Ah. Ich will nach außen rum, ja. Oh Gott, ist das weit. Da muss ich aber rennen. Ja, ich bin jetzt... Ich lauf aufs E zu jetzt gleich. Wenn ich um den Berg rum bin, lauf ich runter, also von oben, der Map, von der oberen Map nach unten auf das E zu. Von so komm ich. Okay. Du hast ne Pistole, nimm die in die Hand. Hab ich schon längst. Die sind immer noch drin, die zwei. Ja. Kann auch sein, dass die... Ne, die sind ausgelockt. Ne, die sind immer noch drin. Beschreiben. G.I. Ist bei mir nicht mehr auf dem Server. Abkommen Chris. Und... Bob Love. Ach so, ich seh das nicht. Die schreiben bestimmt im Dings, ne? Die schreiben im Proximity-Chat. Also nicht im Global mehr. Nein, nein, nein. Die schreiben die ganze Zeit im Proximity. Ja, aber ich seh den G.I. nicht mehr. Der ist weg. Also bei mir, wenn ich jetzt auf Serverliste gucke, der ist nicht mehr da. Ja, aber es sind zwei andere drin. Ach so. Abkommen Chris ist einmal drin und diesen Bob. Abkommen Chris ist drin, ja. Ja, genau. Der ist auch noch auf dem Server. Und wer noch? I-Bombas? Bob, ja. I-Bombas. Bob. Joff. Ja. Ob die Off heißt, ja. Ich fange schon an zu hecheln, ey. Äh, ist hier Armand? Oh, die haben mich gesehen, glaube ich. Ja? Ja. Schießen sie auf dich, oder was? Nein. You see, yes. Schreibst du, oder was? Ne, ne. Die schreiben das gerade, weil die mich gerade entdeckt haben. Wie, haben die gesagt, dass du da bist, oder wie? Ja. Was schreibt der denn genau? Ähm. Lass mal vor, weil ich seh den Chat nicht. Mhm. Nope, I just waiting for a server, äh, hopping bike, Chris. Lol, okay. Is hier Armand? Yes. Also meinen sie mich. Oder ein Freund. Oder der dritte Typ, da runtergekommen ist. Ey, ich bin jetzt hier... We're going to risk going to Smallville. Wir gehen jetzt nach Smallville gleich. Ich bin jetzt auf so einen Berg raufgegangen. Hoch auf den Berg. Ja. Kannst, äh, reinsehen? Loi, ich seh so ein ganz... Ist das dieses umzäunte Gebiet? Das ist so ein, äh, umzäun... Nein, so mit einer roten Tür? Also ich seh... Ne, ich seh... Ich seh jetzt ne rote... Also ich seh so ein, so ein, so ein umzäuntes Gebiet. Mit so einem, äh... Da wo ich jetzt bin, da seh ich so ein umzäuntes Gebiet mit so einem Dach. Das ist von hier aus, ist das rot-weiß. Und an den Ecken sind so Lichter. Aber das ist komplett umzäunt. Das ist nicht umzäunt. Das ist ja mitten im Wald bei mir. Ja, ich bin oben auf so ein Dings drauf. Oben auf dem Berg. Auf so einem ganz hohen Berg bin ich drauf. Ganz oben drauf. Und ich gucke... Ja, und ich gucke runter in das umzäunte Gebiet. Okay. Siehst du mich? Ne. Also, wenn ich jetzt gucke, meine Pfeilspitze guckt genau aufs S. Ja, die schießen. Auf dich? Ich weiß nicht. Zombie, lol. Wir schreiben Zombie, lol. Du müsstest mir Bescheid sagen, weil das ist ein umzäuntes Gebiet und da gibt es nur ein Eingang. Ja, das ist nur ein Eingang. Ja, ja. Und das sehe ich vom Berg aus. Guck mal, du musst mal zum Berg... Also, ich bin jetzt vom Eingang. Parallel vom Eingang. Hoch auf den Berg. Ja, da kommt einer raus. Okay, der kann aber nur vorne raus, ne? Ja. Und der geht auch in meine Richtung, läuft da. Hast du eine Pistole in der Hand? Ja. Das Problem ist, ich sehe von hier oben keinen. Der geht jetzt... Der bleibt stehen. Okay, läuft wieder zurück. Ich sehe nur ein Zombie auf dich zurennen. Oder ein Spieler ist das. Das ist ein Spieler. Ja, der läuft dann auf dich zu, okay. Ich gehe hinten rum. Ich komme jetzt hinten rum. Ich gehe den Berg runter jetzt wieder. Ich liege ja. Ich liege ja. Ich stehe ja nicht. Ja, ja. So, ich komme jetzt runtergerannt. Den Berg runtergerannt. Auf der linken Seite. Ja. Was glaubst du, wie viele sind das? Zwei, drei. Zwei oder drei? Fuck. Das sind zwei Stücke, ja. Der hat eben verfolgt einen Zombie-Crad. Er geht wieder rein. Du musst mir sagen, wo du bist. Ich bin jetzt... Oh ja, ich sehe, wie er schießt. Okay, ich sehe, wie er schießt. Ich habe gesehen, wie er geschossen hat. Two guys in Frost Pine, schreibt einer. In der Police Station. In der Police Station. Das ist aber nicht hier jetzt, ne? Nein. Okay, ich wechsle auf die Kruger. Damit ich zwei Waffen habe. Ja. Wo bist du jetzt? Ich habe den... Ich bin rechts. Ich sehe, wie er läuft. Ich sehe, wie er läuft. Ich bin hinten am Berg. Ich krabbel gerade. Du müsstest jetzt mal mitkommen gleich, dass wir ballern. Wir müssen uns... Wir müssen die... Versuchen vielleicht zu töten. Links vom Eingang davon, ne? Wie, links? Guckst du auf den Eingang rauf? Ich gucke auf den Eingang drauf. Darauf links. Ja. Siehst du mich oben? Ich bin genau hinter den. Hinter den. Warte mal. Ich stehe mal. Ich stehe mal wieder auf. Siehst du mich? Guck mal, ich laufe jetzt auf das rote Haus zu. Auf die hintere... Auf die hintere Wand. Vom Berg aus. Moment. Ich sehe nix. Nix in meinem Vorfeld. So, jetzt bin ich hinter den. Hinter dem Haarzaun? Ja, siehst du? Nein, nein, nein. Nicht hinter dem Zaun. Ich bin jetzt oben auf dem Berg hinter dem Zaun. Auf dem Berg? Ja, ja. Auf dem Berg. Da hinten sehe ich ihn. Da hinten sehe ich ihn. Ich sehe ihn laufen. Okay, da hinten ist der eine. Alles klar. Die sind drin? Ja, ja. Die sind drin. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Hm. Die sind... In das Haus kann man da rein? In das Haus? Das kleine kann man rein, glaube ich, ja. Ja, ich sehe ihn. Er hängt an der Wand. Er hängt an der Wand drinnen. Er hängt drinnen an der Wand. Zwei Leute. Ja, die haben jetzt Angst, weil die gesehen haben, wie kämpfen sie jetzt gerade. Naja, mich haben sie nicht gesehen. Noch nicht. Siehst du mich nicht? Ich bin hinter diesem komischen weißen Haus. Da ist auch noch so eine komische Kiste und ich liege hier oben auf dem Berg. An der Eckspitze auf dem Berg. Ah, okay. Okay, da ist so eine Tonne drauf. Hm, nee, nee, nee. Hier, wo ich jetzt bin, ist einfach nur der Berg. Ich bin... Oh, da kommt ein Spieler. Da kommt ein Spieler, der direkt am roten Gebäude zuläuft. Bist du das? Nein, nein, nein. Ich liege oben auf dem Berg. Okay. Der patrouilliert gerade hier. Da draußen... Jetzt ist ein Zombie an dem Eingang. Ja, der läuft nebendran links. Also er hat... Er hat dich nicht gesehen. Er ist an mir vorbeigelaufen. Er kam gerade vom rechts. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann dich nicht orten. Überhaupt nicht. Ja, da ist einer... Da hinten ist der andere Spieler. Da ist der dritte Spieler dann. Siehst du? Der läuft jetzt außenrum herum um das Camp. Läuft er außen rum? Der läuft... Einer läuft außen rum. Links außen rum von mir. Aber ich sehe ihn nicht. Dann würde ich ihn doch sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich sehe nur die zwei, die im Camp sind. In diesem... Ja. Das... Also wir reden von dem Gleichen. Da ist auch so ein komisches Teil mit so einem gelben Ding obendrauf, ne? Ja, ja. Okay. Davon reden wir. Und davon ist ein Spieler, der jetzt links... Also von dir aus gesehen rechts dann... Ähm... Dorthin außen rum läuft. Ne, bei mir läuft keiner. Bei mir ist keiner an den Wänden. Bei mir war einer an der Wand gewesen. Bei mir ist niemand. Deswegen gehe ich ja wieder ein bisschen wieder rein. Das Ding ist, ich müsste mit dir sicher Kontakt haben. Ne, die haben... Die haben jemanden getötet. Ein Zombie oder so. Ja, ja. Ich sehe es. Er tagged me. Todesstille? Ja, ja, ja. Ich gucke. Ich gucke gerade. Warte. Jetzt bin ich ganz nah an dem Camp dran. Ganz nah an dem Camp. Okay. Ich sehe jetzt von hier das Camp. Also richtig nah bin ich an den. Almost killed me. Very close. Okay. Kannst du mich sehen? Jetzt? Nein. Ich bin jetzt weit. Ah, ich sehe, wie er da an der Ecke hängt. Er hängt an der Ecke. Er hängt links an der Ecke, der eine Typ. Die sind zu zweit da. Fuck. Die sind zu zweit. Ja, die sind immer noch zu zweit und defenden. Pickhammer. Ich habe 10 Schuss. Pickhammer. Ich habe 20. Oh ja, da sind sie. Ich sehe sie beide. Ich sehe sie beide. Die können hinten nicht raus. Die können nur vorne raus, ne? Ganz sicher. Ja. Okay, gut. Siehst du mich jetzt am Berg? Ich bin ganz nah an der Wand bei denen. Ganz, ganz nah an der Wand. Ich liege hier. Warte, kannst du mich sehen? Guck mal, ich hüpfe. Siehst du mich? Ich bin hier oben am Berg. Äh, ich sehe gar nichts. Ich bin links. Also ich bin auch am Berg. So langsam. Und krabbel langsam hoch. Aber halt ziemlich geclosed, ne? Dass sie mich nicht sehen. Nice Team. Job. Aha. Eigentlich Nice Job Team, aber naja. Ja, ja. Nice Job. Nice Team Job geht ja auch, Digga. Ja. Also ich krabbel jetzt ein bisschen hoch. Ich liege hier oben an der Bergecke. Problem ist aber, ich muss essen. Und ich habe kein Essen mehr. Alter, sind Lichter, ja. Ich muss essen, Alter. Okay. Also ich sehe jetzt das Licht. Wie heißt der eine? Botbooth und Upcoming Chris. Okay, die sind noch da. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Die sind immer noch da. Jetzt kann ich auch ein bisschen besser reingucken. Das Ding ist, ich kenne mich mitten in dem Gebiet da nicht aus. Das ist das Problem. Bis schon. Bis schon. Bis schon. Bis schon. Bis schon. Bis schon. Vielen Dank.